Willkommen zurück ihr Geil-Schnittchen zur Trials Weltmeisterschaft Folge 3 Die heutigen Teams sind Bram, Dalu, Sepp, Dardosch, Piet und Jay und der aktuelle Punktestand ist Sepp hat 119, Dalu 114, Bram 102, Piet 88, Jay 65 und Dardosch 56 Jays Arsch hole ich mir So dann gucken wir mal Nein, die in dieser Runde Also dein Ziel Dardosch ist einfach Jay sein Arsch und mein Ziel ist 10 Points Ok ok, das kriegen wir hin Aber letzte Folge war ich auch echt shitty Ich brauch ne Quadrunde Da ist ne Quadrunde auf jeden Fall bei Ich hab's schon gesehen Oh shit, oh shit Wir auf den Thumbnail Ok, Dalu Hedi Das ist aber direkt durch, Peter Ja, das ist gut, da bist schon mal weiter als ich, weil ich hab direkt versagt Ja, ich auch Was ist jetzt denn los? Komm schon, komm schon Schönen Dalu Ja, das war echt nicht schlecht Den ersten hab ich Oh, das ist ja hart Holy shit Ja, bin oben Wie? Also Ich baun's ja von der Wand ab Ja, einfach Nein Ein rückwärts Salto Jump Also hast du dich mit dem Hinterrad hochgezogen? Genau, ja Ok, ok Weiße Und wie hast du dich Wie, wie positioniert man sich dann neu? Ähm, ich hab tatsächlich einfach aus dem Bereich Ok Nein, stopp! Scheiße! Rauch doch so Ist aber gut, weil Ich wäre zwar Zweiter Aber wenn kein anderer es schafft Ja, ist auch gut Genau so Dalu Jetzt Weißt du, Gas Einfach Vollgas geben und sobald du vorne drüber bist, ziehst du auf die Bremse Ah ok, ok, ok Das kannte ich noch nicht Ich versuch das nochmal Scheiße, Peter hat's gemacht Schafft er's noch? Ja Ich raste aus Peter schafft es noch, ja Du kannst es auch noch noch schaffen Der Map ist nicht groß Ah, scheiße Ok, Peter hat sich Gott sei Dank auf die Fresse gelegt Jetzt schafft Peter nicht Ah, das wird Na, doch schafft er Ich brauch die Übung für diesen Move Ah, scheiße Peter ist auch durch Nein Boah Aber der hat mehr Fehler als du Ja Nein, hier oben ist kein Checkpoint Jawohl, jetzt kommt Daniel Nee, da oben war ich auch schon Kannst noch Kannst noch Ganz langsam, ganz langsam runter Ganz langsam runter Ja, und jetzt Gas, Gas, Gas Gas Looping Genau Und jetzt such gerade aus Über den Balken drüber Komm, Schau bitte, bitte Schaffst du noch? Jawohl, schaffst du noch Schaffst du noch? Ja Oh, war das knapp Oh nein Schön Oh, das war so knapp Wenn ich abgeschoben hätte ich es geschafft Also zumindest aus meiner Sicht Weil es der Punkt hat Aber das ist keine Versuche Ja Hast du mir leid, Peter Ah, eine Millisekunde Zieh dich runter Ja, mich ärgert nur, dass Dalu das noch geschafft hat Ja, jetzt Der Panda ist wieder da, Alter Das ist meins Ich schaff bestimmt die erste Finale Das erste nicht, eh Panda Come on, Alter Please Ich mag Punkte Oh, ja Ach du Scheiße Okay Bin gespannt Was ist das denn für eine geile Was ist das denn für eine geile Was ist das denn für eine geile Fuck, ich habe mich baiten lassen, Bram Ja, oh Gott Ich habe einen Vorwärter gemacht Nein, wie Ah, du standst am Anfang wieder Nein, ich habe mich überschlagen Das ist eine One-Way-Strecke Wie geil Ich weiß es nicht Gab es einen Checkpoint? Ja, gab es einen Scheiße Ich habe mich hart am Anfang Baiten lassen Ja Okay, da bin ich deutlich besser als du hochgekommen Oh nein, Dennis hat mich Dennis hat mich gerade abgezogen an dem Stück Kann nicht sein Jetzt habe ich keinen Speed hier oder was Willst du mich verarschen? Mann, man geht's kein Wegen dem Checkpoint komme ich nicht an Oh nein, oh nein, oh nein Ich muss zurück Wird Sepp auch nicht ankommen Doch Klar Fuck Der andere Checkpoint, der war nicht weit weg Der andere Checkpoint ist okay Null Fehler Null Fehler ist super Eigentlich Ziehe ich Dalu, damit da ich Erster bin, eigentlich hoch Weißt du, ich pack ja mehr Punkte dazu bei als er Ja, aber war das dann nicht vorbei, ja? Dann kommen wir ja noch ein paar hin Sepp habe ich die Punkte abgenommen Damit kommst du ja noch näher an Sepp dran Leider, aber egal Drin Ja, das stimmt auch wieder Hä? Eigentlich muss ich Äh? Wo ist denn hier der Ziel? Profi Ziel muss da hinten Na links Na links Mit Dados, wa? Oh scheiße, Dados kommt auch ins Ziel Ja! Ich komm nicht in vier Da gibt es die Punkte, Alter Alter, geil, Team DJ verkackt da hinten Was ist da los, Quedder? Können wir nur Quad-Maps machen, ey? Schaffen alle Ja, voll geil, Dados Auch der Sex Aber alle schaffen das Okay, das habe ich erst nicht gecheckt, oh Mann, ey Das am Anfang mit den Reifen war ganz schön gemein, wa? Oh, ey Ja Ja, ich habe auch Bunny Jump darüber gemacht Aber wohl den schlechten Gott, sechs Punkte Sogar weniger Fehler als Jay Oh, okay, jetzt muss doch nochmal du delivern Ach du Scheiße Oh nein, was ist das denn? Was heißt nochmal? Ich habe jetzt schon zwei Behandel Ja, nochmal, habe ich ja gesagt Deswegen nochmal Geil Was ist daran toll Ja, aber das klang bei dir so Als wenn das heißt, du irgendwo bist du umherladen Ja, aber das sehe ich gerade nicht Ja, in der 5 Was ist das denn? Geil Checkpoint Wo sind denn hier die Checkpoints, Jungs? Weil, da ist einer Ach, toll Ja, und da hatte ich zu viel Schwung Loll Der Rückwärtsgang ist so langsam Okay, das ist Oh Oh, ich habe einen Checkpoint Was ist da doch? Wir sind einmal hochgekommen, Dalu Ja, fast Ich habe den Checkpoint schon Die Ampel war gelb Und noch nicht grün Ach der hier Okay, der Checkpoint ist Also okay, jetzt ist er bei mir angegangen Ach komm ey, lass mich doch in Ruhe Komm schon String die an, Dalu Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Nein Was ist da denn los? Unnötige Oh, oh, oh Alter, ich chill Ich gerade voll hat ein Battle hier mit dem Über-Jey, oder was? Was ist denn da los? Pass auf Und er sagt einfach nichts Weil er konzentriert ist Ich werde auch mal Punkte sammeln Shit Oh, was? Wo starte ich denn? Auf der Schrägen Erstmal 8 Fehler gemacht beim Spawn So, einfach weil ich immer wieder umgefallen bin Ne, das kann nicht mal sein, Jay ist echt Erster Ja Nice, Jay Wäre mal gespannt Also ich gönne ihm das natürlich auch Wenn er bei dem Team wäre Ich gönne das auch Kann doch nicht sein, dass Jay in der Runde mehr Punkte holt als in meiner ganzen Aufnahme Halt die Schnauze, ich komm schaff der eh nicht Das war doch nur Spaß Ich weiß Bei mir auch Jawoll Nein, ach der erste Checkpoint ist doch schon scheiße Okay, Braum Da hab ich schon überall hängen, ey Oh, oh, bitte, 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 bitte Weiße Hab ich nicht gemacht Also dadurch, das ist hier ein bisschen assi Ja, 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 also Ich versuche zu lernen oder zu Improven, aber Ich weiß nicht mal wie Halbgas, also Alter, da mit der Treppe Das Fickteam macht hier gerade Ganz gut, Boden gut, Peter Alter, wie hast du da mit der Treppe gemacht? Weil ich der King bin in dem Spiel Ja, okay, aber wie? Dann sagen wir doch wenigstens Ich bin da in allem drüber gefahren, ich hab nichts gemacht Ich bin wirklich nur gefahren bis jetzt Alter, komm schon Das ist so frustrierend Das ist aber auch ne... Oh Mann, Alter Das ist aber auch ne Mörderstrecke wieder Ich bin aber auch gerade richtig am Ei lutschen Gott, Alter Ja Dann ist das hier bei mir Ich komm nicht Die Treppen hoch Nicht? Fahr durch da, hallo Ich bin... Bin nichts weiter Soll ich echt? Ich kann durchfahren Ich stehe vorm Ziel Ja, ich weiß Fahr Ich bin nichts weiter Oh, die Treppen sind aber auch echt assi Können wir doch nur schneiden Ey, nicht schneiden Naja, ihr könnt... Ich guck... Ja, ich guck dir zu Die Treppen? Da bin ich echt einfach drüber gefahren Da kann ich dir echt nichts sagen Oh, Lucky ey Ja, genau deswegen halt Weil irgendeiner hängt da nämlich noch dazwischen Ich glaub das ist der Ice-T Und der muss ja keine Punkte machen Ach, das meinst du Hast du lieber nur du Punkte und sonst keiner Stimmt Weil ich seh mich da nicht Oh, der Checkpoint ist aber auch hart Das ist ja schon noch ein Stück Bis du den Treppen wieder... Ja War leid, Peter Wiesste, mit welchem Winkel musst du denn auf die Treppe Dass du nicht direkt runterfällst Ja, mir auch Ich bin direkt an die erste Treppe drangeknallt Und auf die dritte gesprungen Ja, die Treppen waren easy Ja, also da wusste ich erst nicht was dran machen Ja, musst du halt genau den richtigen Flow einfach nur haben Ja, musst du vor, glaub ich, den richtigen Flow einfach haben Ja Ach, Jay, nur wenn er mal Zufall hat das jetzt, ja Ja Das war klar Das war klar Es ist gewährt Alles nicht Jetzt glaube ich Ja, egal Da bist du, kommst am zweitweisesten, kommst nicht dann am Ziel Ah, guck mal, Bram, das sieht doch gut aus 85 durchzu... Wer ist denn libertiert? Ja, jetzt hast du... Wow, jetzt bist du auch mal ernster geworden, weil ich dich hab gelassen Ja, mit Abstand, verdammt das Das ist das erste Mal Also ich schwitz so hart, ich rutsch gleich von meinem Stuhl runter Guck jetzt hier lang Ey, viel Ich warte Oh Oh, oh, oh Oh, WTF Ich hab's versaut What the fuck Alles klar Ja, easy game, erster Checkpoint Oh Ich bin auch da Nice, Dadosch Richtig gut Oh, kacke Was war denn da... was ist denn das für eine Dadosch? LOL Okay, der ist... der ist richtig assi Okay, Alter, ich bin gerade zu blöd dafür Das kann nicht wahr sein Okay, da auch Ich war am Anfang auch zu blöd Ich bin drüber Das kann halt nicht wahr sein, ey Alles Dadosch Come on, Checkpoint, please Ich auch Oh nein, ich hab ihn hingefa- oh Gott Aber ich zieh meine T-Mates runter, hab ich das Gefühl Ohhh Shit, da ist das Ziel Das darf ich nicht Das darf ich nicht Das darf ich nicht Dass da das Checkpoint ist Ich war so weit Da ist uns Das ist ein unglaub... LOL Der Checkpoint ist echt hart Ich war am Ziel Ich bin auf der Ziellinie gestorben Der Checkpoint ist ja echt Jaja Und ich find den Sprung kurz davor noch schlimmer Ja Ja Komm Bram Nee, noch nicht. Was ist denn jetzt? Peter, das ist machbar noch. Die sind alle an der selben Stelle. Ich weiß. Ich schaff den letzten Schwung nicht. Schon wieder nicht. Ich auch nicht. Warum denn nicht? Oh, what the fuck. Hä? Ich schaff den letzten Schwung nicht. Ich brauche die Points. Das gibt's doch nicht. Stopp, stopp, stopp. Nee, wieder nicht. Auch den letzten wieder? Ja. Nein. Scheiße. Schon wieder der Letzte. Entschuldigung. Ich war so weit, Mann. Scheiße. Komm schon. Das ist nicht wahr. Ich häng hier auf der Kante. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Aber dann bin ich... Nee, ich bin dann am Ende genau am Ziel gecrashed. Fuck. Warum bist du so viel schneller als ich da gewesen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's. Oh Mann. Ah nee, Moment. Danke, E-Mail. Nein. Nein. Bram. Ja? Ich guck dir zu. Warte, warte. Das ist richtig, aber versuch auf den ersten zu kommen. Mit einem Bunnyhop. Okay. Auf den ersten Abschnitt komm und dann das, was du gerade versucht hast. Boah. Jetzt musst du gleich einen Bunnyhop machen. Okay. Da kommt man direkt drauf. Oh, 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 oh. Ja, das kann ich noch schaffen. Das schaffst du. Nee, das schaff ich. Also, ich schaff's nicht mehr. Ach, komm, jetzt fall ich schon. Jetzt hab ich gerade einen Bunnyhop gemacht an der Rampe und bin direkt auf den ersten geflogen. Da bin ich direkt drauf gekommen. Shit. Schade. Dann gönnst du dir nochmal schön die Punkte für uns, oder was? Dann endlich den Leverster auch machen. Scheiße. Wer will null Runde hier, ey? Wer wird hier mitgeflogen? Ja, richtig gut von mir, war. Richtig nice. Richtig abgeliefert, ja. Boah, das ist so frustrierend, wenn man so kurz vorm Ziel dauernd auf die Fresse fliegt, ey. Ja, Dardosch. Lebe mein Leben. Das würde ich nicht machen. Genau, das ist bei Jannic Luke's Trials, das ist halt ein Leben, Alter. Oh, nice. Erster Checkpoint geschafft. What the fuck? Okay, nevermind. Ob die Sommernendal, oh nein, das ist schon wieder so eine Strecke, die ich niemals schaffe. Ey, ich komme nicht, ich komme diese Dinger. Okay, die, die Fässer, oh doch, die Fässer killen mich. Wie hat Dardosch denn das geschafft? Ich habe keine Ahnung. Hä, das ist so ein Witz. Sollad nice, ne, Dardosch ist doch super. Ja, das ist schon richtig, aber das ist ja wohl der schwerste Sprung ever. Ja, so weit will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Das ist einfach meine, Jörg. Ja, aber was für einer, über einen Monster Truck. Hä? Ja, bis selbst ich geschafft, Alu. Also, so weit kann kein Mensch springen. Das ist unmöglich. Das kann nicht wahr sein, es macht Team Lappen oder was, macht jetzt noch die kassen Points. Ja, 20 Bomb Boom, Junge. Alles klar. Und ich bin aber 20. Ja, geile Sache. Nice, J. Nice, jetzt haben wir noch fett Punkte geholt. Geil. Oh ja, und die anderen haben jetzt schon mehr, mehr Fehler als wir auf jeden Fall. Boah, Alter, Junge. Wir haben hofft, dass die anderen das noch nicht schaffen, aber eine Minute ist hart. Kommt dann nach vorne, hoch. Oh, schön, weiter. Da gleich nochmal, setzt einfach zurück, zurück. Ja, ja. Okay, warte. Komm, Dalu und Arroganz dürfen das, äh, nee, Dalu und Arroganz. Komm schon, Dalu bitte. Ne, ich schaff das niemals. Ja. Dalu, komm mal denn da hoch. Ey, der hat's geschafft, Alter. Jetzt nur nicht mehr auf die Fresse frei. Okay, jetzt ist es, nur geradeausfall. Ja, Dadosch, gewohl, geschafft. Oh, Dalu, Alter. Ey, den hat er in der Kontrolle. Äh, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Jawoll. Äh. Oh, zwei Mal an der Nacht. Äh, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, das schaffst du zeitlich leider nicht mehr. Äh, gut, aber. Trotzdem, Checkpoint. Fortschritt. Oh, das gab Punkte nochmal gegen Ende, ey. Äh, das ist gut gewesen. Das war wichtig. Äh. 4 Point. Äh, dann gucken wir mal. Bin ich nicht Fünfter geworden, jawoll. So, Bram hat 52, Dalu 73, Peda hat 41, Jay 26, Dadosch hat 9 und Sepp hat 25. Damit sind da Bram, Dalu 125, 62,5 pro Person, also 63 für jeden. Ah, schon stark. Dann haben wir Sepp, Dadosch 34, sind 17 für jeden. Na, sorry. Ach, Points. Und Peda 67 sind 33,5, also 34 für jeden. Damit war... Wann hab ich den da falsch eingetippt? Das ist okay, an der, es ist Peters Zahl. So, damit, äh, kommen wir zu einem Endpunkt der Stadtakte von Dalu, 177, Bram 165, Sepp 136, Piet 122, Jay 99, Dadosch 73 und Trivialwissen, Sepp und Dadosch hatten bisher die schlechteste Runde innerhalb des Turniers. Ja. Cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns wissen, wir sehen uns nächste Folge wieder, das war anstrengend, Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020